Wir sprechen heute über die fünf Hauptgründe, warum Kryptoanleger scheitern. Ich bin heute hier mit Johannes, dem zweiten Geschäftsführer von Cryptory. Johannes, leg doch mal direkt los. Was ist deiner Meinung nach der erste Punkt, warum die meisten Kryptoanleger scheitern? Die kaufen zum falschen Zeitpunkt. Also es ist der Klassiker. Man findet irgendeinen Coin, der vielleicht sogar fundamental ganz gut ist. Oder sei es der Bitcoin, nehmen wir mal den Bitcoin. Und die Leute steigen immer dann ein, wenn die Kurse schon wieder richtig hoch sind. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran. Als der Bitcoin dann irgendwann mal bei 15.000 war, das war ja vor kurzem, ist ja noch gar nicht so lange her, da haben dann viele wieder gesagt, der geht auf 12. Der geht auf 12. Der fällt auf 13. Mit so einer Sicherheit, dass es schon fast an Arroganz grenzt, um ehrlich zu sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Also immer diese Annahmen, der Kurs geht jetzt in diese Richtung. Und da sage ich immer, dieses Denken musst du einfach auflösen. Du musst dir von vornherein gewisse Kaufzonen setzen, wo du sagst, das sind interessante Kurse für mich. Und da dann auch konsequent kaufen oder eben verkaufen, je nachdem, was es dann eben für dich ist, eine Kauf- oder Verkaufszone. Aber das ist sicherlich einer der ganz großen Fehler. Und oft ist es sogar so, dass die Leute sagen, ja, wenn der Kurs jetzt noch weiter fällt, dann kaufe ich. Und was dann passiert ist, der Kurs fällt. Und dann sagen sie, der fällt noch tiefer. Und das führt immer dazu, dass du dann gar nicht einsteigst oder immer zum falschen Zeitpunkt verkaufst. Das ist aus meiner Sicht so der erste ganz große Fehler. Jetzt muss man dazu zum Beispiel auch sagen, ich bin damals auch davon ausgegangen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal vielleicht 12k sehen. War aber nicht so doof, mich so zu überschätzen, dass ich sage, ich habe auf jeden Fall recht dabei. Also ich habe auch seit 18.500 Dollar eben meine ersten Einstiege die eben entsprechend dann auch getätigten Bitcoin. Und gehe trotzdem auch davon aus, dass die 12k noch immer noch nicht ganz vertisch sind. Ich glaube, da sind wir vielleicht ein bisschen verkehrter Meinung. Aber nichtsdestotrotz, was ist denn deiner Meinung nach der zweite große Fehler für Kruppanleger? Ich knüpfe einfach mal direkt an den Punkt an, den du jetzt genannt hast, und zwar das Thema Selbstüberschätzung. Ja, es ist ein ganz großer Fehler. Also viele kommen in den Kryptowährungsmarkt rein. Und erst mal ist es ja so, ich bin überflutet von Informationen. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich wie ein Vollidiot. So, und dann geht es ganz, ganz vielen so, dass sie anfangen, sich zu informieren und YouTube schauen, dabei noch nicht mal merken, dass sie den falschen Leuten zuhören. Und so nach ein paar Monaten schleicht sich dann oft dieser Effekt ein, dass man glaubt, man wüsste viel. So, und man hält sich für einen Experten. Und dann den nächsten Schritt kennst du mit Sicherheit von dir auch. Und ich habe es nämlich auch so gemacht. Dann fängt man an, im Freundeskreis über Kryptowährungen zu reden. Da bist du plötzlich der Boss. Da bist du plötzlich der Kryptoboss, der Experte. Versuchst, andere da mit reinzuziehen, zu überzeugen. Und das ist meistens der Punkt, wo du an einem Punkt von der maximalen Selbstüberschätzung bist, weil im Prinzip weißt du gar nichts. Und je mehr Wissen du dann aufbaust, desto mehr merkst du, wow, da ist noch so viel mehr, was ich wissen muss, was ich verstehen muss. Und dann kommst du irgendwann vielleicht mal zu dem Punkt, wo du merkst, okay, ich habe jetzt vielleicht eine Expertise, aber du wirst nie an den Punkt kommen, solltest du zumindest nicht, wo du sagst, ich weiß schon alles. Ja. Grundsätzlich auch, also wenn du der Schlauchste im Raum bist, solltest du den Raum wechseln. Definitiv. Ja, also das lebenslanges Lernen. Dann würde ich sagen, wechsle dich jetzt in den Raum. Johannes, nenn mir doch mal einen Punkt, den man vielleicht jetzt noch gar nicht so oft gehört hat, der vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bekannt ist. Und zwar der Punkt, die eigenen Annahmen für die ultimative Wahrheit zu halten. Sehe ich auch ganz, ganz häufig, dass irgendwelche Leute, die vielleicht noch gar nicht so lange im Kryptowährungsmarkt dabei sind, sagen, hey, das Bitcoin-Having kommt ja bald. Ja. Und dann wird das und das passieren. Dann wird der Kurs steigen. So, die haben das irgendwo aufgeschnappt und es mag ja auch vielleicht so kommen. Es kann ja sein, historisch gesehen war es so. Aber diese Annahme, dass es auf jeden Fall so passieren muss und darauf seine Investmentstrategie aufzumauen, ist halt unglaublich dumm, um ehrlich zu sein. So. Woher kommt denn diese Annahme? Woher kommt überhaupt diese Sicherheit, dass es so kommen wird? Und das ist ein großer Fehler. Also, du musst deine eigenen Annahmen immer mal wieder hinterfragen. Woher kommen die? Sollte ich darauf basierend irgendwelche Entscheidungen treffen? Auch das ist aus meiner Sicht einer der ganz, ganz großen Fehler. Hat ja auch viel mit dem Confirmation Bias zu tun. Ja, das heißt, grundsätzlich ist es ja auch immer so, wir suchen uns irgendein bestimmtes Thema, wir positionieren uns und wenn wir in Kryptowährungen investieren oder auch in Aktien investieren, sind wir immer ganz gleich, ob wir das möchten oder nicht, emotional involviert. Ja. Und jetzt kommt irgendwie ein Video raus oder irgendwie irgendwas kommt von außen und möchte unsere Meinung, unsere vorgefertigte positive Meinung über irgendeine Asset-Klasse, über irgendeinen Coin vielleicht erschüttern. So, und ich denke mal, das schlägt... Der schaltet ab, der möchte das nicht hören. Ja, richtig. Der schaltet ab, der möchte das nicht hören. Das heißt, man sucht sich dann irgendwann einfach genau diese Videos, diesen Content, der eben entsprechend genauso dahin geht und eben entsprechend bestätigt, wo du dich schon positioniert hast. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Du bist irgendwann nicht mehr empfänglich für die Informationen, die nicht deine Meinung widerspiegeln. Ja. So, und das ist ein Problem. Und wenn du das bei dir merkst, dann spätestens dann Zeit, dich mal zu hinterfragen, fällt aber ganz, ganz vielen schwer. Und fällt wahrscheinlich dir und mir auch schwer. Wir merken es manchmal nicht. Aber ich denke, wir gehen schon mittlerweile ein Stück weit bewusster an diese Sache ran. Ich glaube, viel davon muss man halt aber auch über die Zeit selbst lernen, damit man überhaupt in der Lage ist, dann zu sagen, okay, das habe ich schon mal durch. Das ist mir schon mal passiert. Jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal einen Lieblings-Coin gehabt und hat dann später gemerkt, so smart war das nicht. Ja, vielleicht auch noch daran anknüpfend. Man muss sich natürlich überlegen, mit welchen Annahmen gehe ich in diesen Markt rein. So, und ich habe es letztens noch auf Instagram gesagt, gerade beim Thema Bitcoin und in der jetzigen Marktphase, ich habe im Prinzip nur zwei Annahmen. So, ich habe die Annahme, dass der Bitcoin langfristig mehr wert, als er jetzt ist. Ja. So, sonst brauche ich nicht zu investieren. Dann kann ich es auch sein lassen. Käse, ja. Ja, wäre ja Bullshit. Und ich habe die Annahme, dass wir gerade grundsätzlich in einem Käufermarkt sind. Also, das ist gerade... Gehe ich mit? Ja. Dass es gerade halt interessante Zonen zum Kaufen sind. So, und mit diesen zwei Annahmen handele ich gerade im Markt. Aber ich habe nicht die Annahme, dass der Kurs noch auf 12.000 fällt oder nie wieder die 20.000 erreicht. Und ich glaube, wenn man das so gestaltet, dann haben viele schon viel, viel bessere Ergebnisse. Ja. Also, ich finde, das hat auch sehr viel mit Leitplanken zu tun. Also, man muss sich selbst so ein bisschen so eine Grenze auferlegen und da jemand sagt, okay, ab diesem Punkt mache ich dieses, ab diesem Punkt mache ich jenes. Und gerade so der Finanzmarkt, ganz gleich welcher Finanzmarkt auch ist, da gehört viel Adaption dazu. Das heißt, also, wir müssen zu neuen Situationen, zu neuen News oder sowas einfach adaptieren und gucken, was wir dann machen. Das heißt, wir tun ja immer eine Entscheidung treffen zum aktuellen Zeitpunkt und müssen aber auch lernen, diese Entscheidung immer wieder zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele Leute dann, die treffen einmal die Entscheidung. Das ist ein absolut guter Punkt. Das sehen wir auch immer bei Kunden, die neu bei uns im Coaching sind. Die haben ein Riesenproblem, sich von Coins zu trennen, die im Minus sind. Ja. Weil sie irgendwann mal diese Entscheidung unter einer gewissen Annahme getroffen haben und dann fällt der Kurs und dann kommt diese Idee, nee, ich verkaufe hier gar nicht mehr. Ich warte jetzt, bis das wieder ein Plus ist. Ganz, ganz großer Fehler. Anstatt dann nochmal seine eigene Annahme, die man vielleicht damals hatte, zu hinterfragen und festzustellen, dass der Coin fundamental gar nicht mehr gut aufgestellt ist. Jetzt hast du ja theoretisch neue Informationen. Du hast neue Informationen, du hast eine andere Marktlage. Und das führt oft dazu, dass viele, ganz viele Altlasten im Portfolio haben, die am Ende gegen Null gehen. Ja, da gehe ich auch vollkommen mit. Was anderes, was ich auch als großen Fehler selbst sehe, ich weiß nicht, ob das bei dir mit auf der Liste ist, aber ich möchte dir zuvorkommen an dieser Stelle, ist gerade hier in Deutschland, wir haben den supercoolen Vorzug, dass wir nach einem Jahr steuerfrei verkaufen können, die Kryptowährung, also zum aktuellen Anlass, habe aber auch auf der anderen Seite sehr viel gesehen, dass da genau aus diesem Grund, also dass Zeit ein Faktor ist, den wir ja beide nicht beeinflussen können und dass das immer mit Grund ist, warum Gewinne zum Beispiel nicht mitgenommen werden. Ja. Ich denke mal, das hast du auch schon mal gesehen. Habe ich gesehen und habe ich auch selber schon so gemacht. Also ich habe diese Entscheidung schon so getroffen, was im Nachhinein nicht gut war. Deswegen mache ich es heute auch konsequent so, dass ich sage, wenn meine Exit-Targets, also meine Gewinnmitnahmeziele erreicht sind, dann nehme ich diese Gewinne mit, unabhängig davon, ob ich noch in der Haltefrist bin oder nicht. Ja. Weil du weißt selber, der Kryptowährungsmarkt kann sich so schnell bewegen. Ja. Und dieses Timing funktioniert ganz, ganz oft nicht. Ich habe dazu nur noch mal eine ganz gute Anekdote. Ich habe damals in Coin investiert, der hat sehr viel Augmented Reality in St. Petersburg gemacht und sowas. Da gibt es auch ein Reel dann dazu auch auf Instagram von mir, wie ich darüber spreche. Und was ist passiert? Neun Monate später hat Mark Zuckerberg über Meta gesprochen beziehungsweise Facebook in Meta umgenannt. Alles, weißt du ja selbst auch, wir waren damals im Büro, alles, was nur annähernd irgendwie mit Kryptowährung zu tun hatte in diesem Bereich, in dieser Metaverse-Geschichte, AI und so weiter und so fort und halt eben auch Augmented Reality, ist halt schier durch die Decke gegangen. Und ich habe damals nicht lange gezögert. Ich habe damals auch verkauft. Ich weiß noch, dass die Ethereum Netzwerke ziemlich laggy, also clockt. Ich habe insgesamt, glaube ich, 900 Dollar nur allein an Handelsgebühren bezahlt, um Positionen abbauen zu können. Und ich habe mir dann den Spaß gemacht und gesagt, was wäre denn passiert, weil die waren ja neun Monate da. Und was wäre denn passiert, hätte ich die ein Jahr gehalten. Und das Witzige ist, ich hätte eine Verdreifachung steuerfrei auscashen können, so habe ich halt eine Verdreißigfachung ausgecashen. Also macht manchmal auch einen deutlich, deutlich größeren Unterschied. Und das ist halt etwas, wenn ein Coin von 10 Cent irgendwie auf 30 X springt, da sollte man sich überlegen, wie nachhaltig ist das Ganze auch. Ja, deswegen sage ich auch, also konsequent so machen, wenn Gewinnziele für diejenigen, die sie überhaupt haben, erreicht sind, konsequent verkaufen. Guter Punkt. Haben wir darüber schon gebrochen? Also wirklich so Gewinnziele, wie kann man sich die dann zum Beispiel setzen? Weil ich glaube, dass für viele Leute auch eine Frage ist, ich kriege das ja auch immer mit, so mache ich das bei 5%, 10%, also die Leute gehen auch nicht nach Chart oder sonst irgendwas. Markt, Kapitalisierung, was würdest du da jemandem sagen? Was macht da Sinn? Ja, also grundsätzlich der aller, aller wichtigste Punkt ist überhaupt mal eine Exit-Strategie zu haben. Weil das fehlt den allermeisten. Die allermeisten investieren in den Coin und wissen gar nicht, wann möchten sie überhaupt verkaufen. Das ist Punkt 1. Und dann gibt es aus meiner Sicht jetzt nicht die perfekte Formel, um Exits zu setzen. Man kann natürlich die technische Analyse als Hilfsmittel nutzen, sicherlich. Würde ich auf jeden Fall machen. Würdest du auf jeden Fall machen, würde ich auch machen. Aber es gibt halt auch gewisse andere Anhaltspunkte aus meiner Sicht, zum Beispiel das vorherige Allzeithoch. Die Wachstumsprognosen für einen bestimmten Bereich. Die aktuelle Marktkapitalisierung von der Konkurrenz. Oh, das ist ein guter Punkt. Genau, oder das letzte Allzeithoch von der Konkurrenz. Das sind alles so Punkte, an denen man sich orientieren kann. Also ich finde generell, die Orientierung gerade für einen Anfänger am All-Time-High, nur am All-Time-High, ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Weil du oft einfach diese fundamentalen Daten einfach nicht mehr checken kannst. Das heißt, wir haben da prominente Beispiele, wo damals zum Beispiel das All-Time-High lag, wo gerade mal 2% der Coins im Umlauf waren. Ja, richtig. Und jetzt sind 70% im Umlauf. Also wie wahrscheinlich ist es, dass dieses All-Time-High nochmal erreicht werden kann? Richtig, ja. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich dann sagen würde, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, genau. Du musst natürlich gerade im Kryptowährungsmarkt auch immer schauen, wie viele Coins sind auf dem Markt, wie viele kommen noch auf dem Markt. Das sollte man auf jeden Fall immer da betrachten. Ansonsten, was noch ein wichtiger Punkt ist, dass man nicht ein Verkaufsziel haben sollte, sondern mehrere. Das heißt, dass man schrittweise verkauft. Das ist für mich wichtig. Und ich mache es eben so, dass ich nie die gesamte Menge der Coins verkaufe. Ich lasse immer so ein bisschen so 10, 15% nach oben hin offen, weil man, du weißt selber, man möchte halt diesen Moonshot haben. Also diese richtig, richtig großen Gewinne möchte man natürlich mitnehmen und das Potenzial will man nicht auf der Straße liegen lassen. Deswegen sage ich immer, so ein Stück weit im Markt immer ein bisschen drin bleiben. Ja, also ich finde auch eine gute Lektion für sich selbst ist, gerade in so einer bullischen Marktphase, befinden wir uns jetzt gerade nicht, aber in einer bullischen Marktphase, wenn man ab und zu mal so die Frage an sich selber zu stellen, was würde ich jetzt tun, wenn jetzt mein gesamtes Portfolio, so wie ich jetzt gerade investiert bin, crashen würde und ich würde so minus 80% zum Beispiel haben, weil davon gehen wir ja aus, vom All-Time-High zum Beispiel. Wie würde ich mich dabei fühlen? Und wenn die Frage dann, wenn die Antwort dann darauf ist, ja, wäre nicht so geil, dann hast du meiner Meinung nach noch nicht genügend Gewinnmitnahme betrieben. Aber ich bin auch ein ganz großer Fan davon, wirklich, also solltest du im Gewinn verkaufen, niemals mehr als 90% zu verkaufen. Ich habe damals eine Wallet gehabt, wo ich kleine Coins so, den Rest immer so reingeparkt habe. Ich weiß noch, 2018, 2019 waren da 120 Dollar bei zwei Positionen drauf. Und warum auch immer wurden die gekauft, wie verrückt damals. Ich habe 8,5k nochmal ausgecashed aus dieser Wallet. Also aus diesen 10% von diesen 120, die für mich nichts mehr wert waren, im tiefsten Bärmarkt nach dem Bullenmarkt. So, wo ich dann denke, ja, okay, die packe ich dann halt irgendwann mal auf eine andere Wallet, schaue mir die später nochmal an, mal gucken, was dann passiert. Und ja, ist nice, so 8,5k kannst du dir noch ein paar Ethereum verkaufen. Ja, nice. Ich meine, das ist auch das Potenzial im Kryptowährungsmarkt. Na, das sollte man genauso in dieser Form auch nutzen. Genau, aber das ist ja auch der Punkt. Die meisten gehen da halt eigentlich nicht strategisch ran. Also wir haben ja vor kurzem auch eine Portfolioanalyse rausgegeben. Das heißt, viele Leute haben dann das Portfolio auch an uns geschickt. Wir haben uns das angeguckt und ich habe das ja alles selber gemacht. Und da habe ich, also ich habe, ich sehe immer wieder dasselbe. Die Leute machen immer dieselben Sachen. Und die kaufen sich aktuell die Top 30 Coins laut Marktkapitalisierung. Warum denkst du, ist das so? Warum ist das so? Erstmal, Verfügbarkeit spielt eine Rolle. Diese Coins sind natürlich verfügbar. Und man hat natürlich immer das Gefühl, die sind etabliert. Sicher. Die sind sicher. Das ist meiner Sicht ein Irrglaube. Wenn du dir mal die Top 20 anschaust aus dem Jahr 2017, dann ist das eine ganz andere Top 20 als heute. Und du wirst feststellen, das Einzige, was sicher ist, ist im Prinzip Bitcoin. Vielleicht mit Abstrichen noch Ethereum, aber alle anderen oder fast alle anderen sind abgeschmiert. Sind abgeschmiert oder sind noch da beziehungsweise ranken schwächer und haben das alte All-Time-High zum Beispiel auch nicht mehr erreicht. Genau. Heißt nicht, dass man gar keine Gewinne damit machen kann. Ja, ja. Muss man auch klar sagen. Zum Beispiel IOTI zum Beispiel, nenne ich auch immer wieder, haben nicht das All-Time-High von ich glaube 2017 nicht erreicht. Dennoch wären Gewinne möglich gewesen. Aber ich möchte ja als Investor natürlich die Coins haben, die, sage ich mal, ihr letztes Allzeithoch auch übertreffen können potenziell. Du weißt es natürlich nie vorher, aber natürlich möchte man dahingehend auch was auswählen. Oder du suchst eben nach Coins, die vielleicht noch gar keinen Bullenmarkt hinter sich hatten. Die im Bärenmarkt launchen, weil das sage ich auch immer wieder, ein Projekt, eine Kryptowährung, die im Bärenmarkt launcht, das gesamte Team muss liefern. Und die gehen in diesen Markt mit einem ganz anderen Mindset rein. So, die wissen, wir müssen auf unser Geld aufpassen, weil es gerade nicht auf der Straße liegt. Ich kriege nicht von überall Geld rein. Und ich glaube, wenn du gezielt nach Projekten suchst, die in so einer Marktphase wie jetzt auf den Markt kommen, dann erhöhst du deine Chancen auf die Rendite im Altcoin-Markt schon ziemlich. Aus meiner Sicht. Weil du weißt es selber, in dem Bullenmarkt jedes, jeder Shitcoin bekommt Geld. Jedes Schrottprojekt wird gefundet. Alles wird gefundet. Alles wird gefundet. Du kannst dir fast alles kaufen. Richtig, ja. Fast alle von den Scheitern auch wieder. Weil die gehen halt mit einem vollkommen falschen Mindset an die Sache rein. Die wollen Geld von Investoren schnell abgreifen. Ob es dann gut geht, ist denen am Ende vollkommen egal. Sieht man übrigens jetzt auch gerade wieder, jede mögliche, jede Kryptowährung, die jetzt gerade an den Start geht, hat irgendwo AI mit dran. Ja, ja. Warum? Ja, weil halt einfach das Funding, da ist das Funding gerade aktuell da. Ja. Und bis vor ein paar Monaten waren halt noch viel im Game-File-Bereich. Jetzt haben wir AI, mal gucken, was das nächste Narrativ ist. Ja. Und dann wird auch da wieder Funds geraced für Projekte, die nichts damit zu tun haben. Ja. Jetzt waren wir ein bisschen ausschweifend. Lass uns doch mal kurz in die Struktur reingehen. Was ist denn noch so ein letzter Punkt, der letzte Punkt deiner Meinung nach, der von vielen Leuten falsch angegangen wird? Thema Zeitmanagement. Das ist jetzt gar nicht so Kryptowährungsmarkt spezifisch. Ja. Aber dieses Ding so, ich komme in den Kryptowährungsmarkt rein, habe richtig Bock darauf. Dann stecke am Anfang sehr, sehr viel Zeit rein und dann flacht das bei ganz, ganz vielen ab und bei ganz vielen ist es dann so, dass sie irgendwann gar nicht mehr aktiv sind. Und das ist schade. Also aus meiner Sicht ist es sinnvoll, langsamer in diesen Markt reinzugehen, sich bewusst zu sagen, ich setze mir zwei, drei, vielleicht vier Stunden in der Woche, die ich auch wirklich einhalten kann. Mach mir das als festen Termin im Kalender und halte diese Zeiten langfristig ein. Aber bei ganz vielen ist es eben so, die kommen in diesen Markt rein und plötzlich ist es ihr Thema. Die verbringen acht, zehn, fünfzehn Stunden in der Woche mit dem Thema und das schafft langfristig kaum jemand. Zumindest nicht jemand, der ein eigenes Business hat oder der irgendwo angestellt ist. Das ist nicht machbar. Deswegen sage ich mal, Zeitmanagement ist extrem wichtig, um langfristig motiviert zu bleiben und auch langfristig in diesem Markt zu bleiben, weil nichts macht dich erfolgreicher in so einem Finanzmarkt wie Kontinuität. Einfach dabei bleiben, dranbleiben. Ich habe da, da habe ich auch damals wirklich, also bei mir war es so, ich habe irgendwann in meinem Thailand-Urlaub so ein bisschen angefangen mit dem Trading bei mir damals und habe dann gemerkt, boah, super viel Zeit auch direkt dann da rein, weil war ja, war ja Freizeit, dann hatte ich mal auch Zeit und dann habe ich gemerkt, zu Hause kriege ich diese, diese, diese Zeit gar nicht so hin, so wie ich das, und ja, ganz klassisch so, du nimmst dir vorher Zeit eben genau für dieses Thema und denkst, ach, eine Woche oder zwei, dann komme ich ja schon mal weiter, bringt dir letztendlich nichts, denn was dir wirklich bringt, ist halt so Timeboxing-mäßig, dass du halt überlegst, okay, wann habe ich in der Woche eigentlich Zeit für diese Thematik, wann kann ich es umsetzen. Wenn du jetzt denkst, hey, in dem einen oder anderen Bereich kann ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser aufstellen, dann kann ich dich auf jeden Fall einladen zu einem kostenfreien Strategiegespräch bei uns, geh da einfach auf www.cryptory.de, trag dich da einfach ein und dann sprechen wir beide mal, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und in welcher Form, Art und Weise wir dich vielleicht dabei unterstützen können.